Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Webflash. Happy Birthday to you! Frank Schröder, der Geschäftsführer von Agentur Schröder, feierte Geburtstag. Als Glückwünsche gab es viele Likes und nette Worte. Xport ist eine Flaschenpost abhandengekommen. Wo hat sie die Stadtreinigung wohl hingebracht? Klar, es war Mildeponie. Und dort war er auch fleißig gesucht. Move Elevator hat einen Frühjahrsputz durchgezogen und damit einen Container befüllt. Na, wer von euch nimmt sich ein Beispiel? Und folgende Neuigkeiten gab es auf Sputnikar. Die Wege von Agentur, Universität und Finanzdienstleister kreuzen sich normalerweise doch eher nicht. Deswegen ist die Partnerschaft von Easy Clipper, der TU Dresden und SIB etwas ganz Besonderes. Warum noch? Das lest ihr bei uns. Capst West hat viel Erfahrung darin gesammelt, wie haptische Effekte zielgericht bei der Gestaltung von Kommunikationsmedien eingesetzt werden können, um den Gesamteindruck einer Marke zu stärken. Worauf es dabei ankommt, erklären sie im Beitrag. Jetzt noch die Hashtags der Woche. Hashtag Handcrafted, Hashtag Comics und Hashtag Superman. Wir melden uns wieder mit dem nächsten Weekflash am nächsten Freitag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.